Liebe brauchte ich trotzdem, viel Liebe. Ich brauchte ein Meer voller Liebe, aber ich habe es nicht gefunden. Und dann habe ich mich mit eimerweise Halbliebe begnügt, die irgendwelche One-Night-Stands und Affären über mir auskippten. Hallo, mein Name ist Hotschel Aschitz. Ich habe gerade meinen zweiten Roman geschrieben und es ist eine erotische Liebesgeschichte. Es war so wenig echte Liebe, wie aus meiner Dusche echtes Meerwasser kommt, aber besser als nichts. Und ich habe mich daran gewöhnt so sehr, dass ich irgendwann Angst vor dem Meer hatte. Also Sina ist Mitte 30, sie ist Malerin, sie hat sehr lange in Berlin gelebt, hat auch ihr ganzen Kontakt und ihr Umfeld, hat sich dann aber nach und nach dort herausgelöst, ein bisschen aus diesen allzu engen Künstlerkontakten und hat dann immer mehr versucht, ihr Glück auch im Privaten zu finden. Und jetzt ist sie eben gerade dabei, so Natur, mal weg aus der Stadt. Also Marek ist Mitte 40, ist Ingenieur, der wirkt schon so angekommen im Leben. Er hat sein Haus, er hat seine teuren Kleider, er hat seine Autos, er hat auch seine ganz klaren und festen Meinungen. Die sind völlig klar und wirklich unumstößlich. Und Sina ist viel weicher und biegsamer, glaube ich. Eher wie so ein Windchen, wie so eine Brise und er ist halt wie so die Betonwand. Er ist starr, aber auch stark und das Stark ist natürlich sehr reizvoll. Wenn man immer die Eimer über dem Kopf ausgekippt bekommt, dann ist das nur eine halbe Sache. Aber dann muss man auch nicht schwimmen. Man verlernt das Schwimmen. Vielleicht hatte man es in Wirklichkeit doch nie gelernt. Also das Buch hat eigentlich drei Themenfelder. Das eine ist natürlich die Erotik, die Liebe, Partnerschaft, Träume. Ein Thema ist die Vergangenheit der Figur. Und das dritte Thema ist ein Thema, was ich im Moment auch sehr, ich persönlich als ziemlich aktuell empfinde, nämlich eigentlich ein globalisiertes Arbeitsleben. Der Marek hat erstmal einen Job in Deutschland, dann bewirkt er sich nach Polen. Später landet er noch ganz woanders. Die Sina, er hat Ausstellungen im Ausland teilweise. Beide reisen viel, dadurch ist die Beziehung sowieso auch immer wieder mal getrennt. Und ich glaube, das ist was, was heute auch wirklich immer mehr Realität ist. Und dann, als ich ein paar Jahre älter war und um etliche Eimererfahrungen reicher, da wollte ich endlich ans Meer, ich wollte endlich Liebe, richtige Liebe. Und dann habe ich es nicht hingekriegt. Dann war es entweder so, dass ich ins Meer gehen wollte und gemerkt habe, dass da doch bloß ein Eimer mit modernem Wasser vor mir steht, der gerade umkippt. Oder ich habe gemerkt, da ist das Meer. Ein stilles, tiefes Meer. Es ist ein erotischer Roman, aber es ist auch ein Buch über Sexualität. So empfinde ich es. Denn es wird nicht nur Erotik geschildert, sondern es wird auch eigentlich geschildert, wie leben wir eigentlich heute mit Erotik. Wie kommt man eigentlich zu Erotik, auch wenn man manchmal Umwege geht und Hindernisse im Weg sind und man ein paar Schlangenlinien laufen muss. Darum ging es mir eigentlich ein bisschen. Und dann bin ich ja mehr entlang gelaufen, immer wieder und habe gedacht, Wenn ich da reingehe, dann komme ich nie mehr raus, dann kriege ich nie mehr heftig einen frischen Eimer über dem Kopf ausgekippt. Dann ist es vorbei mit dem Spielen. Dann muss ich immer in einem öden, stillen Meer schwimmen. Ach nee, habe ich da gedacht und mich davon gemacht. Also mein Leser stellt sich Fragen. Das ist ganz wichtig. Ein Leser, der sich keine Fragen stellt, der soll bitte einen anderen erotischen Roman lesen. Ohne Fragen braucht er mein Buch gar nicht erst anzufassen. Ja, das verbiete ich jetzt sogar. Ja, das verbiete ich jetzt sogar.